User checken, dass es was Neues von Wandel gibt Und sagen, das gibt's ja nicht, so wie Mel und Vita bei einer globalen Pandemie Ihr dachte nicht ernsthaft, dass ich mir das hier noch nehmen lasse Und den Sieg verschenke, aber okay, die straight oder 10. Klasse Nein, nein, sicher nicht, wenn er ab wieder tief in die Taschen greift Und trotz erforderte Minimalaufwand großzügig mit Patte schmeißt Ich mein, 1500 Euro sind aufs Turnier betrachtet als Stundenlohn von 1500 Euro 2020 ist für uns alle ein schweres Jahr gewesen Man konnte keine Bar betreten, niemanden mehr in die Arme nehmen Weit brennte Trump, Rassismus, alles war mies Aber seht's positiv, wenigstens gab's kein Team Mallory Ich mach das hier nicht für den Spaß an der Sache Ich mach's für Bares und Patte, ich mach's für Geld, Geld, Geld Ich mach das nicht für meinen Ruf in der Szene, sondern für Rubel und Knete Ich mach's für Geld, Geld, Geld Okay, vielleicht will ich's auch eigentlich machen, um diesen Brian zu klöpschen Das könnte sein, doch ein netter Nebeneffekt ist Gewinn nicht in dem Battle, das Votum, dann gibt's als extra Belohnung ein bisschen Geld, Geld, Geld